Ja, hier meine Baustellenbedingungen. Ein Neubau. Erster Eindruck, wirklich gut. Sauber, aufgeräumt, ordentliche Betonarbeiten, also vom optischen Eindruck her. Immer schön zu sehen, wenn eine Baustelle ordentlich aufgeräumt ist. Das hinterlässt immer guten Eindruck. Was gibt es hier zu schauen, zu kontrollieren? Die Fenster sind bereits eingebaut und da schauen wir uns mal die Luftdichte Bänder an. Die sind recht gut verklebt. Wichtig sind immer die Stellen, wo dann auch die Fenster befestigt sind, aber das sieht auch gut aus. Also das Fenster soll von innen halt luftdicht eingebaut sein und von außen winddicht. Luftdicht deshalb, damit keine Energieverloren geht, ungenutzt. Und zum anderen, dass es nicht zu einem Kondensatausfall an einem dahinterliegenden kalten Bauteil kommt. Aber der Baustelle, der kann sich sehen lassen, das ist alles ganz ordentlich. Baustelle sieht auch gut aus. Betonflächen geklappt. Alles wunderbar. Gut, wenn der Baustelle geht. Gut, ist doch gut aus. Gut, ist doch gut aus. Gut, ist doch gut aus. Gelegen, gut aus.